Und wir trafen die Kommunikation zusammen und zivile Flüge vom Flughafen wurden gestricht. Die Tetroffenzierte war der Anfang vom Ende, als Amerika wirklich bekannte Krieg zu verlieren. Für die McVie-Anlage in Hue haben sie Kontakt mit den russischen Zolläufer aufgenommen. Nein! Ihr wisst es, er hat sich dem McVie gestellt. Sie waren dort weg. Er hatte Informationen über drei und weg. Alles. Aber es war aufnutzlos. Schluss, Tarnet! Die Informer hatte die Stadt umgestellt. Das Schmeldt war so gut wie abgebrannt. Er war mit Sicherheit tot. Der war nicht tot. Es war unkundungslos und siegekleid. Wieso? Sein Schutzteam hatte den Tonkantrag nicht gebraucht. Er durfte nicht tot sein. Ich brauchte diese verdammte Akte. Puh je. Da wurde ihnen so manches allmählich klarmessen. Der Überläufer. McVie-Anlage in Sicht. Da liegt eine Menge Scheiß vor Inwurz. Wir wollen einen Überläufer mit Informationen über die Sowjets in Vietnam holen. Wir haben den Kontakt zu seiner Eskorte verloren. Aber vielleicht sind sie im McVie-Schutzraum. Wir erfinden ihn, denn er lebt. SRG-X-Ray-Team, einklinken. SRG-Team, einklinken. SRG-Team, einklinken. Spaß ist immer gut. Spaß macht Spaß. AUGHITRAUNG, einklinken. Was war das jetzt? SRG-Team, einklinken. Brand Munition, sehr schön. Oh. Oh, anderes Gewehr. Kommando. Oh, sorry, wollte ich nicht. Doch, eigentlich schon. Die Zentrale ist eine Etage tiefer. Ob der Überläufer den Angriff überlebt hat? Wenn ja, muss er ein verdammthafter Teufel sein. Zivilisten. Zivilisten. Es ist nicht gut. Nein, oh nein, oh nein, ich muss es wegschmeißen. Das ist die Zivilisten. Wir sind zusammenarbeitet. Wir sind jetzt der Kranlbereich der Kranlbereich der Kranlbereich. Wir sind in der Schuld. Runter! Ziel erledigt. X-Ray, hier Lima 9. Wer der jetzt nicht weit rauskommt, hat ausgediebt. Die NVA hat den gesamten Mordflügel überwältigt. Molo, Molo, mo 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 mo, was ist hier los? Er lebt noch, lol. Da oben, ich habe ihn gesehen, der böse, böse Buhmann. Ich merke das, ich merke das, ja, wie schön das doch ist, das ständige Sterben. Ui. Wieso Spaß 12 nehmen, ich habe doch... Das ist ein spezieller Spaß. Dragon's Breath. Drachenatmen. Mein Gott. Habt eine Granate geworfen. Was ist das jetzt? Lade nach. Sicher. Der Schutzraum ist kompromittiert worden. Oh, wo bin ich gestorben? Was war das? Ja, was war denn das jetzt? Schon wieder? Der Schutzraum ist da unten. Ach, jetzt lad doch nicht ständig nach, ey. Geh mal in den besten Momenten, ne? Woher kommt denn dieser Scheiß, Mann? Ich sehe da gar nichts. Die Schlüsse kommen einfach so aus dem... Nichts. Kommt einer raus und... Er lebt noch, verdammt. Da oben, ey. Werfe Granate. Und wo ist dein Kontakt? Hat sich vielleicht zur Kommandozentrale zurückgezogen. Er lebt vielleicht noch. Bewegung, zu mir. Ziel ausgeschaltet. Oh nein. Lad doch nach, Mann. Ich lade nach. Guck mich hier durch. Irgendwie habe ich damit gerechnet, dass er gleich wieder aufsteht. Ziele erledigt. Sicher. Werfe Granate. Bericht over. X-Ray, die Info-A-Art. McV-Süd zurückerobert. Ihr seid abgeschnitten. Scheiß. Verstanden. Nehmt die Beine in die Hand, falls ihr da jetzt noch raus wollt. Na los. Ja, wo geht es jetzt lang? Er muss in einem dieser Räume sein. Mason, nimm die Tür am Ende des Ganges. Okay. Ich tue mal das, was man mir sagt. Ich tue mal das, was du gesucht hast. Dragovic. Man sieht sich immer zweimal. Sein Einfluss breitet sich aus wie Krebs. Nicht einmal der Kreml weiß, was er wirklich vorrat. Er muss aufgehalten werden messen. Dragovic. Kravchenko. Steiner. Alle müssen sterben. Sind das Ihre Leute? Gut. Roman. Ich bin Viktor Resnov. Was hat da so lange gedauert, Mason? Hoffentlich sind die Infos das wert. Lima 9, wo zum Henker ist unser Taxi? X-Ray. Die Marines im Westen von McVie sind in schwere Kämpfe verwickelt. Rücken Sie zum Sammeltrunk Delta vor. Zwei Kilometer nördlich am Fluss. Wir schaffen das. Seien Sie einfach dort. Wir brauchen Luftunterstützung bei diesem Scheiß. Hm, geht nicht. Er mit dem Funkgerät. Sind Sie SOG? Er mit dem Funkgerät, Jung. Ihr Glück mit dem Scheiß. Texas, hier ist Sierra Oscar Golf X-Ray. Geschuss mit oberster Priorität auf mein Kommando. Wohin? Wohin? Tide, over. Bestand an X-Ray. Angeln beginnt. Wohin wir uns. X-Ray, von uns! X-Ray! Oh mein Gott. Kaputt. Ich sollte es noch nicht machen. Ich weiß sogar nicht was zu machen. Wo ich da hin muss. Wo ich denn da angreifen soll. Wow. Roger X-Ray. Anschluss beginnt gleich. Das wird hier noch alles hinhauen. Roger X-Ray. Anschluss beginnt gleich. X-Ray. Wir kommen rein. X-Ray. X-Ray. Vorwärts. Oh mein Gott. Ausdruck. Expressen. X-Ray. Ex-Ray. Ex-Ray. Texas. Das Ziel ist markiert. auch nie und ständig sterbe ich durch irgendwelchen blödsinn so jetzt muss es aber hinhauen hier die landezone ist einen halben kilometer weg am ende der straße ich komme da so noch nicht ran mein gott mein gott die sind überall nur kann man nicht alle gleichzeitig töten und alle sind sie auf mich alle alle nur konzentriert auf mich natürlich 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 wie oft kommen sie denn da oben nach verdammt und 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 ich bin doch schon fast sehen da wo ich hin soll schuss auf mein befehl x-ray ist ungewöhnlich texas zieht sich zurück so kann sie ausschalten und sind wieder da auf verstanden texas ich sehe es zsu im ersten stock am ende der straße wir müssen einen anderen wir müssen einen anderen weg finden die straße ist zu heiß was zum geil ist ein zsu ich kenn mich doch überhaupt nicht aus hier ich konnte nicht glauben dass ich heißen auf hier in rai befand dass er der überläufer ist für sie zurückgekommen ist für sie zurückgekommen ist für sie zurückgekommen Mason ist noch fahr zurück noch alles dran mein freund alles ok mason alles ok mason ich atme noch wir treffen uns am sammelpunkt zivier 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 charlie hofft mir im nacken 1.0 wie lange noch so drei sekunden guter abweist hm oh Mist oh Mist was mache ich hier da unsere mitfahrgelegenheit ich bin nicht sicher es sind noch andere für die unterwegs durchhalten erst holen wir die verletzten X-Ray es gibt keine luftunterstützung so lange wir hier akkurieren wir warten ladet nach ich will dass die landezone sicher ist Mason legt sprengladungen rund um die zone es sind noch andere für die unterwegs durchhalten ja ok äh wo krieg ich die her da kommen sie da kommen sie ihr seid echt super da und wo doch ich habe keine granaten verdammt immer noch nicht ich habe keine granaten verdammt immer noch nicht immer in den besten momenten immer in den besten momenten ja ja ich habe ja jetzt ist es schon wieder überhitzt verdammt mit verdammt und be Kontakt erledigt. Weiter feuern! Zug zieh erledigt! Sie ziehen sich zurück! Das ist kein Rückzug! Sie sammelt sich! Kommando, App Spray 1.0. Hier unten brennt's gewaltig. Wo bleibt die Evakuierung? Die Stadt fährt an die LVA. Sie holen unsere Vögel vom Himmel. Wir sind nicht die Einzigen, die da raus wollen. Wir haben ein Paket von omerster Priorität. Wir müssen hier weg. Wir finden schon einen Weg. Bleiben Sie, wo Sie sind. Eure Aggressionen gegen die Volksrepublik für Nacht wird nicht vorgestraft bleiben. X-Ray, Ihre Evakuierung ist unterwegs. Nach den neuer Heimat zurückzukäden, werden Sie in unserer Stärbe. weiter feuern! Ne, doch nicht. Kommando, App Spray 1.0. Hier unten brennt's gewaltig. Wo bleibt die Evakuierung? Die Stadt fährt an die LVA. Sie holen unsere Vögel vom Himmel. Wir sind nicht die Einzigen, die da raus wollen. Wir haben ein Paket von omerster Priorität. Wir müssen hier weg. Wir finden schon einen Weg. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube nicht, dass das irgendwas nützt, gegen den Panzer zu schießen. Oh, oh, ich bin schon wieder tot. Kommando, App Spray 1.0. Hier unten brennt's gewaltig. Wo bleibt die Evakuierung? Die Stadt fährt an die LVA. Wir holen unsere Vögel vom Himmel. Wir sind nicht die Einzigen, die da raus wollen. Wir haben ein Paket von omerster Priorität. Oh, natürlich wissen die genau, wo ich stehe. Natürlich. Die haben es nur auf mich abgesehen. Ich glaube nicht, dass ich gegen den ballern kann oder so, ne? App Spray hinter Ihnen. Es ist ein Patrouilleboot unterwegs. Verstanden. Keine Sekunde zu früh. Geben Sie Feuerschutz. Trupp Geldheilfe in Position. Verstanden. App Spray. Mason, Ziel markiert. Oh. Kommando, App Spray 1.0. Hier unten brennt's gewaltig. Wo bleibt die Evakuierung? Die Stadt fährt an die LVA. Sie holen unsere Vögel vom Himmel. Wir sind nicht die Einzigen, die da raus wollen. Wir haben ein Paket von omerster Priorität. Wir wissen hier nicht. Wir finden schon einen Weg. Bleiben Sie, wo Sie sind. Am in frontisch ist unabhängig. Eure Aggression gegen die Volksremotik. Wir schafften, wird nicht ungestraft bleiben. X-Ray, Ihre Evakuierung ist unterwegs. Geben Sie Feuerschutz. Trupp Geldheilfe in Position. Verstanden. X-Ray enden. Mason, Ziel markieren. Wo ist mein Ziel? Wo ist denn mein Ziel? Ist ja hier mein Ziel. Ja, komm. Machieren Sie ordentlich nach. Auf Delta. Legen Sie los. Verstanden. X-Ray ziehen Sie eure Leute zurück. Hiebt euer Herkaufsboot. Vorsicht. Einfliege indirekt und hier. Los. 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 Ab ins Boot. Einsteigen. Dragovic. So viel zum Waffenstillstand zum Tent. Der Mut des Feindes könnte auf seinem neuen Verbündeten beruhen. 22, 21, 4, 0. Waffenstillstand zum 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 W